Doppelbelegung von Buchstaben im gleichen Kontext ist unverdächtig. Mhm. Hätte ich eh damals mal dran denken können, bei dem Namen. Ja, genau, hätte. Hätte ich eh mal dran denken können, dass sie Early Exes heißen könnten. Genau. Aber selbst das können sie nicht. Oh, heiß, 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 katschatt, 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 katschatt. Au. Ja, hu. Ja, ich baue auch welche. Letzte Tankstelle vor dem Skelettgott oder so. Gut für den Lug, äh Skelettgott. Also ich hab. Jo, mich auch. Was sagt der? Oh, hier daheim. Ja, oben lang, ja. ich musste unterwegs deswegen haben hier irgendwelche Leute getötet die unterwegs waren Dex, du rennst falsch ich verfolge Blacky, der ist doch gar nicht da ja eben, aber du läufst auf seinen Böbel zu und Kitty, ich hoffe, der heutige Stream wird die restlichen nicht gestreamten Streame ausgleichen ja, Kitty hat die letzten Tage gefragt, ob ich stream und wie und was und wann aber da sind ein paar Dinge dazwischen gekommen, deswegen diesen Freitag findet aber statt, ne? soweit der Plan ich kann es dir nicht hundertprozentig versprechen Hi, bin da es nimmt man best gegen die Keule, ne? also jetzt, wenn du das deine stärkste Waffe ist, ja ne ansonsten Sense ne ansonsten Sense, ja Sense, wenn du hast, ansonsten Beule hat er nicht schon ein Schwert? ein Eisen also das, was halt Eisen ist das ist die Axt die Fickste Owee Owee Owee, die Haut ist Ohne sind er doch Das ist noch ein kleiner. Oh, ein Gratisrat. Achso, du gehörst gar nicht zu uns. Stirb einfach. Entschuldigung, der sah so familiär aus, da wusste ich es nicht. Alles was komisch riecht sind hier. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Wir sind das, ja. Wir sind schön. Oh, da ist er ja. Hier ist er so. Da ist er. Und da beginnt er schon wieder unübersichtlich zu sein. Da castet er wieder sonst was. Ja, mal damit auf. Hören Sie doch mal auf. Hören Sie mal auf hier. Sie haben mich ins Gesicht gecastet. Das dürfen Sie nicht. Das klären wir jetzt polizeilich. Die casten wir jetzt polizeilich. Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn dieser Carsten? Das ist wie, dass der Bruder von Marc, der der regelte Marc, mag ich aber nicht. Ich gehe mal ganz kurz ein Stück runter. Doch, dies ist die falsche Seite, ich sehe doch welche. Ja, ich sage, ich gehe runter, nicht du. Äh, er fand das nicht gut, dass er so ist. Guck mal, Carsten kann ich auch. Findet Carsten gut. Äh, er ist hier unten bei mir. Eigentlich wollte ich nur noch runter heilen. Jetzt geht er wieder hoch. Er steht vor mir. Dann kann ich jetzt in Ruhe heilen. Na, das glaube ich nicht. Doch, doch, doch. Na doch, vielleicht jetzt schon. Ich bin sogar aus dem Kampf raus. Lust nicht. Au. Down. Und wieder rein. Oh ja. Ah, das ist ganz schlecht und nicht aufheben. Da hat man scheint, wenn es knapp wird. Ich doch. Äh, nein, da ist er doch. Schild nehmen wir. Ich glaube, er ist down. Er ist auf jeden Fall down. Er ist aufheben. Ja. Du lebst wieder? Okay. Nein. Nein. Ich liebe ihn gerade. Ja. Hopp. Dankeschön. Jetzt bin ich wieder. Wollen wir? Essen. Essen. Let's go. Miam Miam. Der Letzte macht den Abwasch. Ich war es nicht. Oh, mein Ding ist ein bisschen kaputt. Oh, ja. So. Nice. Das Studierzimmer wäre natürlich nicht. Ist jetzt natürlich ziemlich neidig. Guck mal, was wir brauchen. Nicht, dass wir noch sammeln müssen. Studierzimmer. Ne, ist die Schneiderbank. Wo hat man das? Bei Forschung, ne? Ja. Kupferbarren, Grabstaub, Bretter und Papier. Papier haben wir. Denk ich. Bretter haben auf jeden Fall. Kupferbarren können wir herstellen. Und Grabstaub sollten wir bestimmt auch noch haben. So, was haben wir hier genug damit? Im Zweifel müssen wir halt noch ein, zwei Friedhöfe leeren. Und dann haben wir auch genug. Ein, zwei Friedhöfe leeren. Ist auch gut, ja. Oh, dann haben wir nochmal zwei Grabstaub. Sehr schön. Oh, hier war nochmal was. Super. Hö, dann können wir ein bisschen dran und da haben wir es schon mal geil. Nice. Oh. Also ich habe jetzt schon mal fünf Grabstaub dabei. Wir müssen definitiv keinen, äh, Friedhof leeren. Also ich habe einen. Ich habe auch nur einen. Ja, ich habe in den letzten 20 Sekunden drei, äh, fünf bekommen, glaube ich. Bitte. Ich habe selber auch drei, also. Aber ein. Ja, dann haben wir ja genug. Okay. Okay. Doch, doch, habe Leben gefunden. Auf dem Friedhof? Auf dem Friedhof. Du willst nicht wissen, wie das Leben gebaut worden ist, aber... Ach, Leben, ich bin Leben verstanden. Ja, wir hatten. Ja, warten habe ich auch gefunden. Aber apropos Leben, ich gehe mal zurück und, äh, snack auf dem Weg. Dann möchte ich zum Glück auch mal was essen. Decks wiederbeleben, äh, macht schon richtig hungrig. Ja, ja. Ja. Decks ist ja auch ein bekannter Vielfraß. Ja. Dann reißt du ihm die kleinen Finger, frisst er gleich die ganze Hand. Mhm. Die ganzen Hals-Ader, Schlag-Ader reißt er dir raus. Ja. Ein guter Snack. Äh, Decks ist aber auch immer auf Abwägen, irgendwie kann das sein. Mhm. Du bist wirklich Zorro 2.0. Äh, das ist wirklich... Das ist so... Ich sehe, ich laufe hier geradeaus und du bleibst plötzlich nach rechts. Ich so... Okay? Was? Das ist normal. Mhm. Ja, Decks hat euch hier back. Der ist gone. Ey, die haben hier schon Stufe 3 Schlosszentrum. Was zur Hölle? Ist das denn langweilig? Oder was? Ich glaub schon. Nicht so Noobs wie wir. Ja. Wir sind ja auch mehr Leute. Wir brauchen mehr Materialien, um uns auszurüsten. Das ist nicht für uns immer schön ziehen, ne? Endbosse machen. Trinken dann... Na ja. Ja, ja. Ja. So ist das. Wir werden nur benutzt. Willkommen zu den weihnachtlichsten Streams der Welt. Wollen wir grad sagen weihnachtlichsten? Was ist hier los? Was ist hier los? Wenn die Hütte brennt. Ja. Endet einfach die Smaragde nicht mit was los. Da lag noch was rum. Ja. Das haben wir nicht gesehen. Boah, denkst du du kannst jetzt porten oder? Ne, ich wollte gucken ob das Zeug, was da eben rum lag, noch immer rum lag. Ja, schade ich komm hier lang. Ach, schade. Hier ist was los. Hallo. Saati, weißt du was schlimm ist? Nein. Deine Wortspielung? Auch. Das auf jeden Fall. Ich hatte ja ein bisschen versucht jetzt... Es kam ja das Update zu Star Citizen, ne? Die haben ja ein relativ großes Update rausgebracht. Und, ähm, ja, ich wollte natürlich dann auch spielen, so. Was? Du lump... Ja, ja. Das hast du Geld dafür ausgegeben. Sowieso schon. Ne, ich hab das schon vor Ewigkeiten gekauft, den Patch. Auf jeden Fall, ähm, finde ich dann so schön, ich hatte endlich mal... Ich upgrade mein Schiff so, ne, hatte endlich mal die Möglichkeit, ordentlich zu zocken. Dann gab's auch ein neues Feature, irgendwie, äh, ein Gefängnis, wenn du quasi, äh, negative Rating hast in der Welt und dann stirbst quasi. Dann kommst du ins Gefängnis. Ich bin in diesem Gefängnis und versuch mich da umzugucken, du musst da erscheinbar Erze abbauen oder so. Ich hab das Feature noch nicht so ganz verstanden gehabt. Äh, eier da so ein bisschen um, guck mich ein bisschen um, beläs mich so ein bisschen nebenbei, pup, flieg ich raus. Und seitdem kann ich in das Spiel nicht mehr rein, ich bin richtig traurig. Weil ich hatte gerade richtig Bock jetzt das Spiel zu spielen. So, weißt du? Warte, jetzt komm ich nicht mehr rein. Traurig. Das ist echt kacke. Na. Das war jetzt Storytime mit Joe, by the way. Nein! Ich hab gar nichts kaputt gemacht. Star Citizen, also hier, wie hieß'n sie? Robots Base Industries, ne, warte. Doch, Robots Base. Ja, äh, Cloud Appearing Games. Hat jemand zufälligerweise noch, äh, sieben Papier? Ja. Ich hab auch 13 Papier. Ich hab auch 13 Papier. Ne, warte mal, ne. Ne, in der Kiste, das, das hab ich rausgenommen. Ich hab noch zwei Papier. Hier liegen zwei. Hier liegen zwei. Hier liegen zwei. Noch dazu. Quasi 15. Ja, 15. Das passt. Dann kannst du das schon hinten mal hier reinpacken. Dachte ich mir jetzt so. Ja. Ich hab verstärkte Knochen extra. So ungefähr? Ja. So, dann können wir da eigentlich schon ein ganzes Zeug reinhauen. Oh, bin dabei, bin dabei. Wenn sie jetzt sind. Schlaufe kannst du auch mitnehmen, aber jetzt hab ich die mitgenommen. Ja, ich wollte jetzt erstmal die ganzen anderen Sachen machen, bevor ich die, äh, zufällige mach. Ja, ja, ja. Ich sag jetzt nicht, was wir alles, äh, äh. Gelernt haben, weil das nicht so viel. Oha. Ah. Wir haben unsere erste, äh, Dings hier. Pieke. Eisensperr. Die Bibliotheks und Bodenbelag. Tschüss. So, was war das hier? Wobei, Speere könnten wir schon vorher machen. Ja, muss ja, weil gnadenloser Speer ist. Äh, ja. Bei ihm gelernt, beim, bei Nikolaus. Wir haben da studiert sie. Der studiert sie mal, ja. Genau. Der studiert sie. Ne, wir haben doch auch eine Fähigkeit bekommen. Stimmt. Achso, das kann sein. Ist das dieser Schild? Das ist dieser Untotenschild, Schutz der Verdammten, ja. Und dieses Pestilenz auch, oder? Oh. Bei der Leichnextbesunde hatten wir aber Pestilenz noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Uh. So. Jeder absorbierte Angriff beschwört ein Skelett, feindliche Nahkampfabgreiber werden zurückgestoßen. Auch sehr schön. So. Wo haben wir denn die Blümchen? Das Schöne ist, ich habe noch acht Grabstaub übrig. Das heißt, sollte ich mein Grab schauen. Aber cool. Aber ich schmeiße unsere Knochen mit in den, ähm, in die Grindr. So. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht mehr ein. Das fällt mir immer noch nicht ein. Die Mühlen. Nachvollziehbar. Mir auch nicht. Mühlen. Danke. Bitte. Mühlen. Zermahlmühlen. Ach, schön. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall neue Handschuhe gelernt an dem Studierzimmer. Aber dafür brauchen wir die, aber was ist das Ding? Ne, ist die Holzfrau. Die Schneiderei kann man auch schon bauen, ne? Ähm. Ne, wir waren ja bei der Schneiderin nicht. Richtig. Aber die Schneiderbank haben wir schon. Haben wir? Ja. Haben wir? Wo? Mhm. Wo? Ja. Unter Herstellung und dann der vorletzte Punkt vor dem Spiel. Schneider. Da hat er wohl wahr. Ja. Da hat er wohl wahr. Bretter, Baumwollgarn, Fremdessenzen. Ja, dann bauen sie doch mal eine. Haben wir Baumwollgarn überhaupt? Ich glaube, es sind wir die Fronten. Ich glaube aber, ob wir genug haben, weiß ich nicht. War ein bisschen auf jeden Fall. Guck mal. 28, soll ich bei uns? Mhm. Ja. Das Bretter haben auf jeden Fall genug. Wer hat denn da seine Eisenachs, äh, Eisenkeule nicht aus der Spiegel genommen? Und hier denkst du. Jetzt habe ich nämlich meine aus Versehen da mit reingelegt, weil ich einfach die passende Option gewählt habe. Also ich hatte ja Eisenschwerter. Soll ich die jetzt nehmen, die Eisenkeule? Mhm. Ja, ja. Eisenkeule kriege ich ja. Also die Steine. Was macht er mit meiner? Mit der alten? Mit der alten Keule. Mit der alten Keule. Ja. Das ist aber anstrengend. Einfach an den Mansche legen hier. Genau. Äh, wir lernen bei der Schneiderin auf jeden Fall Baumwollgarn, Tuch und den Jägerumhang. Mhm. Und verwandle dich in einen Menschen. Ja. Dann können wir mit den Händlern interagieren. Ja. Und Nikolaus hat uns gegeben den Schutz der Verdammten und die Pestinenz. Ja. Herr Leikiger. Ja, also von mir aus können wir auch gerne bei der Dame vorbeigucken. Ich bin immer sehr drauf, gerne neue Dinge zu lernen. Ich bin immer sehr drauf. Okay. Neue Dinge lernen wir auch. Kurz noch einen Snack. Bin sofort wieder da. Jo. So, die ist auf jeden Fall immer gut drauf. Er hatte mal. Also, nehme es schon. Die wollten wir aber im Stream essen müssen, du. Recklich, oder? Mhm. Würde ich ja nie machen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das ist. Essen. Das ist doch eine Stadt, oder? Das ist doch eine Stadt. Das ist doch eine Stadt, oder? genutzt hat ja keine kamera meinten kann richtig und weil die kamera im moment nicht eingestöpselt ist seitdem ich umgebaut habe weil das kabel für das usb kabel zum passenden rechner nicht lang genug ist und da gibt es auch keine verlängerungskabel die müssen wir ja irgendwo kaufen also kaufen einfach klauen dafür müsste ich aus dem haus gehen ja gut das ist natürlich ein problem dass das sich an das ist ja das funktioniert so nicht findest du ja das wäre eine option ja du brauchst ein usb verlängungskabel warum brauche ich ein